Eine berühmte Schauspielerin und ein britischer Prinz verlieben sich ineinander, heiraten und verlassen dann den Hof, um fern von royaler Etikette ihre beiden Kinder in Amerika aufzuziehen. Es ist eine Liebesgeschichte, die allen Royal-Fans bekannt sein dürfte. Harry und Meghan haben so einige Höhen und Tiefen in ihren gemeinsamen Jahren durchlebt, zuletzt erzählen sie ihre Version in einer Netflix-Doku. Darin kommt auch Meghans Kleiderweil zur Sprache. Am Hof herrscht eine strenge Kleiderordnung. In der meisten Zeit, die ich in Großbritannien verbrachte, trug ich kaum Farben, sagt sie in der Doku. Für einige Termine trifft das zu. Spannend kann man doch tatsächlich die verschiedenen Lebensphasen der 41-Jährigen an ihren Outfits ablesen. Früher durfte es bei Meghan Markle nicht sexy genug sein. Auf den roten Teppichen und bei Events zeigt die ehemalige Suits-Darstellerin gerne viel Haut, trägt hohe Hacken und viel Make-up. Die Haare offen und voluminös, ihre Looks versprühen aber auch immer einen Hauch Eleganz. Die Eleganz behält sich Meghan als Herzogin bei, tauscht allerdings Mini-Kleider gegen lange Stoffe, weniger Ausschnitt, bedeckte Schultern und tatsächlich meist schlichte Farben. Ihre Haare trägt sie von nun an seltener offen. Dafür lieber zurückgesteckt in einen Knoten oder mit Hut auf dem Kopf. Zurückhaltend vergleicht man diese Outfits mit ihren Auftritten in Zeiten als Seriendarstellerin. Während der Schwangerschaft dürfen es dann hin und wieder engere Röcke sein, um den Babybauch stolz in Szene zu setzen. Mit dem Ausstieg der Royals verabschiedet sich Meghan nicht nur vom Königshaus, sondern auch von den modischen Fesseln. Ab jetzt betreibt die 41-Jährige sogenanntes Powerdressing. Ein Modestil, der darauf ausgerichtet ist, Autorität, Macht und Selbstbewusstsein zu vermitteln. Die edlen Stoffe, geradlinigen Schnitte, teure Labels wie Armani oder Valentino und auch gerne mal Jeans, welche die Queen gar nicht gerne sah, sind ein deutliches Zeichen. Hier bin ich, schreit auch dieses rückenfreie Kleid in der Signalfarbe Rot. Ob am Hofe oder jetzt, Meghan bleibt ein modisches Vorbild und bietet mit ihren Looks Inspiration für alle.